Moin, hier ist Heini und hier geht das los, äh, erstmal gucken, ähm, und zwar Seven Days to Dice, was ist das jetzt hier, kommt eben auf mich zugelaufen, Seven Days to Dice ist sowas in der Art wie Minecraft, aber mit Zombies und sowas alles, du kannst da auch Sachen craften, du kannst da, du musst dir in Burg bauen, da hat die Zombies dir nicht an, an, was hier? Oh, hier, schnell weg, hier, ich hör was, da die Zombies da, die wollen dich auch killen, aber auch über Tag, über Tag sind sie langsam, Nacht sind die mega schnell und können fliegen und können Feuer spucken in der nächsten Version, ja, und ich will das eben vorstellen und davon auch ein paar Let's Plays machen, weil ich ja so ein Schisser bin, dann passt das, glaub ich, ne, hier die Geräusche sind ja schon scheiße, du kannst auch craften, es gibt auch, äh, Rezepte und sowas alles, in der Beschreibung ist, äh, das Spiel kostet auch Geld, in der Beschreibung findet ihr einen Link dazu, in meinem Forum, wo das alles beschrieben ist, die ganzen Links und sowas alles, und da sind die ganzen Informationen drinnen, ne, das Spiel kostet, glaub ich, 28 Euro oder so, aber, äh, ja, äh, hier stehen dann Müllsäcke oder sowas rum, ist das Ding, wo ein Zombie laufen? Ne, die kommen immer, wenn Müllsäcke da sind, die könnt ihr auch ganz normal mit der Maustaste, klick, klick, bumm, bumm, schlabel die dumm, die können Autos durchsuchen hier, ach, da hinten sind sie alle, seht ihr die? Die könnt ihr wirklich auf den Hal, auf den Helm hauen, mach ich gleich, erstmal suche ich hier ein Auto ab, nach Waffen oder irgendwas, Müllsäcke, wollen wir mal so ein Klobürste da töten? Oh Gott, im BH oder was, was haben sie mit dir denn gemacht, die doch nicht, so, hier, komm her, äh, na, komm her, 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 na, aus Riesen klatschen hier, ne? Oh, scheiße, schnell weg, scheiße, das ist zu viel, ne, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, ich glaube, dieses Spiel ist ab 18, glaube ich, auf jeden Fall, äh, lass mich überlegen. So, nochmal, ich muss irgendwann, ne, das schaffe ich nicht, die, 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 die machen mich platt, also muss ich hier erstmal Material suchen, dass ich irgendwie vorankomme, ich weiß, ach, hier ist Müllsäcke, diese Müllsäcke kann man anscheinend kaputt haben. Da, ups, da ist Papier drin, ne, mit E, mit E hebt ihr das auf, und mit Scrollrad könnt ihr alles drehen, ihr macht mit I, habt ihr dann I-Tems und so ein Scheiß, alles, ne? Lass mich schön in Ruhe hier, ey, ähm, wenn's dunkel wird, wollen, was ist das denn gewesen hier, ey, ein Creeper oder was, ne, sah nur so aus. Ähm, im Dunkeln wollen sie nicht töten, darum muss man sehen, dass man irgendwie eine Festung baut oder so, ich weiß aber noch gar nicht wie. Kann ich hier die Steine nutzen? Aua, ne, kann ich nicht nutzen. Ihr müsst erstmal sehen, dass ihr, wie ich, ich bin ja wieder ein Anfänger komplett, ich weiß gar nicht, was hier los ist. Was ist das hier? Holz, kann ich den nehmen? Ja, genau, sag ich auch, ey. Ähm, Scheiß drauf, ähm, Essen ist grün, unten links seht ihr das alles, die Anzeigen, ne? Trinken müsste auch wahrscheinlich so jetzt aussehen. Ha, ha, was ist denn los? Was ist los? Was ist los? Sag mal, seid ihr bescheuert, was war das? Oh, ich bin eine Micke, das hab ich noch gar nicht gewusst. Haha, respawn in eins. Press Enter, ja, ja. Was war das? Ich befreide dich, mein Freund, hier liegt was, hier liegt was. Hier war doch ein Zombie nicht, dass er mir zukommt, der hier genau war klar. Boah, hier, merke ich an der Hals, ey. Komm her, ja, zack. Und auf die Brust. Und in die hier. Boah, du hässliches Ding. Ich würde dich nach vorne begegnen wollen. Sehe zu, dass du umkämpfst. Ich glaube, wir brauchen wieder die Hälfte. Das dauert natürlich. Du musst warten, Carl. Ja, du seh zu, dass du zu laden musst. Geht der gar nicht? Naja. Das scheint nicht. Schnell weg. Die kommt immer noch auf mich zu. Das gibt's ja gar nicht. Kann ich dir nicht... Ach, du Scheiße, ey. Kann ich dir hier einen Stein auf den Kopf donnern? Ja, da muss ich mich reinfuchsen. Ich wollte das Spiel eben vorstellen. Auf jeden Fall, wenn ich da mal... Wie gesagt, das ist wie Minecraft. Ihr müsst da bauen, machen und tun. Aber erstmal müsst ihr zusehen... Warum bin ich eigentlich gerade gestorben? Ich will ich da nicht. Boah, nicht. Das ist so ein Scheiß. Das geht so schnell. Ich weiß gar nicht, wo ich bin hier, ey. Ich muss da komplett reinfuchsen. Ach, da hinten sind es auch ganz viele. Seht ihr das? Ihr seid so hässliche. Ihr seid so hässliche Vögel. Autos durchsuchen soll man. Alles klar. Mach ich. Ist nix. Hier sind auch noch Autos. Müllsäcke muss man irgendwie durchsuchen. Was ist das denn? E. Oh, ey. Was ist das? Ist das? Da ist hier... Oh Gott. Ne, das hol ich gleich. Das hol ich gleich. Das sind ja so viele Zombies, ey. Und die greifen nachts richtig an. Weil ich hab irgendwas mit Items gehabt. Was war das? Hä? Ich hab doch grad was gehabt. Scheiße, wie glaub ich die da jetzt weg? Ja, das ist ja kompliziert. Das ist ja nicht kompliziert, sondern das ist ja... Hier liegt auch noch was. Ja, und was liegt hier jetzt? Oh, nix oder was? Was ist das hier? Gar nix. Ich muss erstmal echt... Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da ist auch noch was. Komm, spring. Das ist zu hoch. Auch zu hoch. Oh, Junge, ey. So, hier ist nix. Oh, scheiße, ey. Dann mach ich ja was während. Ich wollte euch, wie gesagt, dann eben vorstellen. Ich will da auf jeden Fall ein Let's Play von starten. Hier und da. Und wie gesagt, die Uhrzeit wird auch eingeblendet. Das ist cool. Wie muss ich denn jetzt hier dat mocken? Also, auf das Grüne darf ich, glaube ich, nicht laufen, weil dann sterbe ich anscheinend, ne? Das wird die auf keinen Fall machen. Oh, was ist das hier? Ne. Auch nicht. Hier ist... Nee, auch nicht. Metall. Kann ich hier nicht aus Metall irgendwie an der Hals... Oh, hier ist ein Sack. Rucksack. Oh, was hier? Noch ist es auf Englisch. Soll auf Deutsch kommen. Was ist das denn? Was ist das? Ich muss komplett... Was zu fressen ist das, glaube ich? Ja, dann steigt das. Alles klar. Das haben wir rausgekriegt, wie das geht. Sehr schön. Ist auch so wie Minecraft mit der rechte Maustaste und so. Machen wir das. Ich weiß jetzt noch nicht so richtig, wo ich anfangen muss. Wie ich meine... Es gibt auch Crafting-Seiten und so alles. Das ist auch im Forum. In der Beschreibung oben. Unter dem Video ist ein Link. Auch... Oh, hier. Guck. Warte, war es drinne? Ja, hier ein Knochen, ey. Ne, was ist das? Mit E macht er aufheben. Denk dran. Keine Ahnung, was das ist. Wo ist das? Wo ist hier was? Ich muss so langsam mal Waffen finden oder irgendwas haben, womit ich die scheiß Klobüßen da töten kann, ey. Ich höre alle Stimmen. Ich weiß gar nicht, wo die noch in die sind. Die können aber nicht so weit weg sein. Wo seid ihr? Ich bin doch gerade an so einem Auto vorbeigelaufen. Oh. Hat da jemand hingekotzt oder was? Wo seid ihr? Irgendwo war ich auch im Auto, wo ganz viele Sachen lag. Sind die Klobüßen weitergelaufen? Hier war ich. Das weiß ich. Was ist das denn für ein Schild? Okay, das ist wahrscheinlich Atom verseucht oder so. Ich sehe gar keinen Zombie jetzt hier, ey. Wie gesagt, was ihr alles braucht, was ihr zerschlagen könnt oder sowas, ist alles auf die Crafting-Seite. Das werde ich da reinschreiben. Oder vielmehr, jemand anderes würde das reinschreiben. Was ist das? Was war das? So, was habe ich gefunden? Gar nichts, wie es aussieht. Ja, super. Es wird gleich dunkel. Die Nacht wird endlich lang sein. Nicht acht Minuten, sondern länger. Und ich kann das Spiel auf jeden Fall, wer Horror mag, empfehlen. Und, äh, wer dieses Survival-Motor hat von, von, von Minecraft. Minecraft, für den ist es auf jeden Fall was. Oh, hier, guck. Action. Ach, ich kann erst, ich kann so suchen. Ich wollte ihn nicht kaputt schlagen. Ne, ich muss, ich muss auch kaputt schlagen. Hier wieder was. Was soll ich denn damit? So, was soll ich denn damit? So, was soll ich denn hier? Das war auch ein Satz mit nix, nämlich nix. Ich habe mir da auch Videos angeguckt, auf, auf YouTube. Da haben die auch schon Waffen und so einen Scheiß gefunden. Aber bei meinem Glück ist ja klar, dass ich wieder nichts finde, ne? Wollen wir mal da oben hingehen in diese Hütte oder was das sein soll? So, müssen wir unbedingt mal gucken. Es muss doch irgendwas geben, ey, was ich brauchen kann, ey. Oder? Klobapier, irgendwas, ey. So. Ja, für mich ist ja alles sowas nix, ne? Ist schon was, aber ich brauche immer etwas länger wie die anderen. Oh, hier. Boah, ich habe Waffen gefunden. Wie geil ist das denn mit Patronen? Ich kann die alle töten. Was war das? Ah, hier stehen dann so Safes rum. Wie geil ist das denn? Warte, jetzt haben wir so. Ah. Kann ich das verbinden? Muss ich mal gucken. Vier. Ich glaube, vier Schuss habe ich denn, oder? Wie geil. Dann geht das hier weiter. Ich weiß auch nicht, was man alles craften kann. Habe ich noch nicht geguckt. Das würdet ihr eben machen. Die Linkse wieder im Vorraum. In der Beschreibung findet ihr das? Erst mal die Knarre nehmen. Nja, 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 nja. Ich bin bewaffnet. Wo ist mein Auto? Ich habe gerade so ein Auto gefunden, was richtig cool war. Da langen ganz viele Sachen rum. Haben die alle Angst vor mir erst gekriegt, oder warum sind die alle verpisst, denn? Oh yeah, das wird lauter. Das wird lauter. Ich mache das mal weg. Nicht, dass sie aus Versehen gleich draufdrücken, und dann habe ich keine Munition mehr. Das kennen wir, ne? Also steht hier überall was rum, was ihr durchforsten könnt. Ne, auf das Grüne gehe ich nicht. Da sterbe ich anscheinend. Das habe ich ja gerade einmal gehabt. Das will ich nicht. Das will ich auf keinen Fall. Ey, es gibt es doch nicht. Was kann ich denn finden hier? So sieht das bald aus, wenn... Ich sag schon. USA und, 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 und. Russland sich weiter rumzicken, ne? Und drücken sie eine Knobchen. Und dann sieht das auch so aus wahrscheinlich. Ich sehe das schon kommen. Da! Cool. Nichts gefunden. Doch. Was ist das denn? Fünf Stück. Was kann ich damit machen? Keine Ahnung. Dann will ich da sehen, was ich, wenn ich craften kann. Man muss ja craften, wie gesagt. Ich glaube, das kann gar nicht so verkehrt sein. Oh, was ist das hier? Äh, nuclear. Ja, siehste, da habe ich ja kaum reden, immer nach vorne. Waffe! Wollen wir mal so ein Ding, so einen Kopf wegschießen? Ach, da kommt so ein Klobüscher an. Ne, da kommen mehrere an. Wie viel stehen da hinten denn? So, wer will als erstes? Hier. Ja, hier, komm her! Da, da, kaputt. So, was ist das hier? Brauche ich das auch? Ne. So, liegt hier irgendwas. Was habt ihr denn hier gemacht? Ich weiß nicht, wie viel Munition ich habe. Aber ich laufe da jetzt nochmal hin. Wo die Klobüscher sind hier alle. Kommt doch her! Ich habe keine Angst. Ich habe was für euch. Und laufe mal gerade. Was soll das denn? Mach die mal gerade. Ah, ja. Hier, komm mal, ein drittes Arschloch. Hier, so. Genau. Und... Zack! Ja, das klappte sehr gut. Munition? Äh, keine Ahnung, wo die Anzeige ist. Muss ich mal gucken, ne? Ich muss aber irgendwie was fressen gleich und was finden. Wo ist das? Kann ich hier hochlaufen? Und dann hier rein? Ja. Ne. Und wie soll ich die Nacht überleben, bitteschön? Da hinten sind auch noch Wege. Da ist auch noch einer. Nehme ich dich als erstes. Hier, komm her, du hässliche Bratze. Hab was für dich. Ja, ich hätte das gesagt. Lass mich geruhe. Was ist das? Ach, der hat es aufgeladen. Ich wollte gerade sagen. Was war das? Wo bist du geblieben? Ach, da seid ihr. Oh, der hätte ganz Autos mal voll. So kag ich auch manchmal, wenn ich gut gesoffen habe. Ach, hier soll noch einer. Und Action! Nehme ich auch mal voll. 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 So, war das hier, wo das alles war? Search E. Oh, geil. Ich hab hier Sachen. Was ist das? Buddel Wasser. Da kommt einer. Da kommt einer. Da war einer. Da. Da. Ihr sagt jetzt, das ist einfach. Ne, ne. Äh, guckt euch das mal nachts an. Dann spucken die euer Gift und so ein Scheiß alles. Und können richtig rumfliegen und dich platt machen. Also ist eine ganz andere Sache. Was ist das denn hier? Na ja. Oh, hier, ey. Dreck durch, ey. Wasser und was ich alles kann. So langsam wird das was. Wo seid ihr denn hier? Habt ihr erstmal einen Fall oder was? So, nochmal zu ihnen hier, ey. Hier, da. Da, 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 da. Search. Search. Papier. Sehr schön. Mann, ich würde dir gerne helfen, Junge. Tut mir aber leid, ey. Muss ich die eigentlich notschlachten? Oder kann ich auch nochmal search? Ne, kann ich nichts machen. Ich glaube, ich soll meine Munition mal lieber halten, ey. Ne, ich wollte die nur platt machen, nicht dass er leiden muss, ne. Da ist eine. Oh, da sind mehrere. Ey, du bist ja hässlich dick, ey. Hohohohohoho. Ha, du brauchst mehrere? Also direkt ins Gesicht schießen, ist am besten. Und dir direkt in die Brust. Ey, so langsam dämmert das, glaube ich, ne. Und ich habe noch keine Festung, kein gar nichts, weil ich nicht weiß, was ich machen muss. Ich muss mir die Seiten angucken. Ich wollte euch das Video nur mal vorstellen. Wie gesagt, in der Beschreibung findet ihr den Link dazu. Wo ihr alles, wie, wo, was machen könnt, ne? Um Gottes Willen, ne? Das mag ja was werden, ne? Habt ihr da Bock darauf, dass ich davon Let's Play mache? Könnt ihr ja mal gucken. Ach, kann ich auch noch durchsuchen, ey. Ja. Ey, wie geil... Ah, ich kann die Zombies durchsuchen. Ah, wie geil ist das denn? Wo seid ihr Mist, ich ja alle? Es wird dunkel jetzt, so scheiße. Jetzt hab ich 100 Stück hochgeschossen. Ach, der ist schon die ganze Zeit da, ey. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo die alle liegen, ne? Es wird dunkel, jetzt weiß ich nicht. Ach, du scheiße. Ich glaub, ich beende das erstmal hier. Ich muss mir jetzt mal wieder Luft holen. Das seht ihr an diesen Balken, und dass ich nicht so viel laufen kann. Ich muss gucken, wie ich das mache. Ich sage schon mal, wenn dir das Video gefallen hat, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Würde mich echt freuen. In der Beschreibung findet ihr den Link zum Spiel, zur Crafting-Seite und, und, und. Was ist das hier? Kann ich den Zombie nicht einfach mal eben... Oh, hier, es wird dunkel, ey. Ne? Oha, oha, oha. Was liegt da denn? Was? Ach, das ist das Grüne. Alles klar, das hab ich im Dunkeln nicht gesehen. Scheiße, dreckste Kackenkülle. Also, ich sage in diesem Sinne, ab in die Rinne. In der Beschreibung. Was, ah, was, ah? Ah, ah. Was ist denn, ah? Ich seh nichts mehr, ne? Da muss mir jetzt einen Plan B auf... Was ist denn? Hä? Hä? Warum sterbe ich denn? Ich muss mich schlau machen, was hier los ist. Ja, was ist? Ich seh gar keinen. Hä? Warum sterbe ich denn jetzt schon wieder, ey? So, wegkriechen. Kann mir jemand sagen, warum ich sterbe? Weil ich Durst habe, eventuell? Warte mal ganz kurz. Ich trinke erst mal was. Ah, die Schnauze. So, jetzt hab ich was getrunken. Jetzt werde ich sehen, ob ich gleich sterbe oder nicht. Ja, ich glaub, das war das auch. Alles klar. Ich fuchse. Habt ihr das gesehen? Äh, so. Ich sage schon mal, in diesem Sinne, ab in die Rinne. Und morgen geht's weiter. Tschüss. Und in der Beschreibung ist Link dazu. Wo ihr alle Informationen zum Spiel, zum Crafting und so alles findet, ja? Bis dann. Tschüss. Und rechts unten ist die Munition. Ich Idiot. Ich guck alle nach links und so. Und unten und rechts sind die Munition. Ah! Tschüss. 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 Vielen Dank.